hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde mafia 3 schön dass sie wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid bei trans 70 tv und euer transek ist für euch hier am mic am stössl euer transek hier und wir müssen heute gasten vollstrecker erledigen und da bin ich mal ganz gespannt wie viel anläufe wir denn heute dafür brauchen oder ob wir das komme ich da so hoch gastons vollstrecker das da ist ja auch liefert los so ich bestelle mir mal eben ein auto ist glaube ich keine schlechte idee kannst du mir einen neuen wagen ins frenchwort schicken die schnelle flucht das ist weiter kommt er hier nicht her das ist auch eine pappnase stellt das dann mitten auf die kreuzung bis hier auch ich habe hier ein wagen also und was zu schätzen mitten auf die kreuzung am besten direkt schön vor der tür backen ja hier schnell wieder den geschwindig kurs machen können ich hoffe hier kommt keine bahn oder kein zog das ist abgeschlossen da ist schon action naja ich gehe schon ich weiß wo du hin willst ich will dich hier nicht mehr sehen doch hier guckt keiner mensch das verzieht ich da ich will dich nämlich alle machen wo zum teufel liegt dein problem so optimal gelaufen hier jawohl ich gehe nach ziemlich suboptimal gelaufen ich gehe glaube ich mal hier hinter das macht mehr sinn wird doch zu risky ich komme hier nicht weg leute so sieht das aus vielleicht haben wir doch noch chance so ok da kommt erstmal keiner mehr so ich habe ihn schnell weg hier das langt ja schon schüss die kotzki den haben wir das war ja doch gar nicht so schwierig den haben wir erledigt so kann man gleich die nächste karte aufmachen hier was haben wir hier das ist wir fragen den dealer da schauen wir auch mal eben vorbei ich werde schon beide umgefahren die polizisten das hätte wieder stress gegeben so ok das hat ja dann doch noch geklappt da war ich bin ja ganz überrascht oh wow 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 wachposten ok ich versuche die mal herzulocken es sind doch ach da sind leute die können mich wieder sehen das ist doch schiete mensch das ist richtig doof befragen das heißt ich muss die anderen alle dann habe ich gleich wieder polizei am hals hier das geht nicht ich muss da irgendwie von der anderen seite ran da ist die polizei schon komme ich da von da aus von hier aus ist glaube ich besser ok von hier aus da kann man was machen da ist auch ein polizist auf der linken seite schiete das wird auf jeden fall eine polizeiverfolgung werden hier das sind normale passanten ok so vielleicht komme ich da irgendwie anders an den typen der ist da wachposten das wird sie ohne polizei hier niemals glatt laufen da kommt einer mal sehen kann ich den anlocken das habt ihr doch auch gehört oder das ist nicht wie im film so den haben wir einer weniger da läuft ein polizei ist noch mal schön weiter geradeaus schön so da ist der typ zum befragen da kommt nicht so weit weg ich gehe mal von der anderen seite da ran von der anderen seite da ran ja genau ich gehe mal von der anderen seite da Da kommt einer. Da kommt einer. Scheiße, polizeiliche Ermittlungen. Mist. Das kann ich schon wieder vergessen. Ah, shit, shit, shit. Ah, shit. Wow, 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 wow. Hier schon rein. So, schnell weg hier. Hier komme ich gar nicht raus, wa? Oh, oh, oh. Shit. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Ja, wunderbar. So, dann kann ich da weiter machen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und streifen lieben. Sehr schön. Okay. Da hinten hockt noch irgendwo einer. Aber wenn man die Abgabenordnung genauso ändert wie die Bundesrepublik... Da fahren sie lang. Da ist noch... Liegt noch Geld auf der Straße? So, okay. So, dann versuchen wir es noch mal. Da ist ein Polizist. Shit. Kommt der hier lang? Der läuft weg. Schön. Komm, jetzt verlass das Gebiet. Gibt's doch nicht. Der kommt nicht, ne? Nee. Okay. So, wo ist die Ratte? So weit weg. Okay. Okay. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass da wieder gleich die Polizei in der Nähe ist. Gut. Hm, wie komme ich da jetzt am besten ran an den Typen? Mein Frieder, Entschuldigung! Ja. Sacknaht. Okay, den muss ich befragen. Ich muss sie am besten lautlos kalt machen. Was zur Hölle war das? So, dann habe ich noch ein weniger. Komm her, hier. Komm her, hier. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh nein! Gott! Oh Gott! Achtung! Ich hoffe, hier ruft keiner Polizei von. Renn weg. Renn weg. Genau. So. Da haben wir noch den da sitzen. Glaub nicht, dass das eine Ratte war. Farbige haben hier nichts zu suchen. Es gibt keinen... Rache! So, okay. Was haben wir da? Okay, sieht gut aus bis jetzt. Boah, sind das ja noch alles voll hier. Okay, gehen wir hier mal hin. Geh runter da. Das sind alles seine Typen hier. Ja. Komm her. Okay. Krassomat. Ich müsste die... Da hinten ist die... Ach, da ist der Polizist. Das ist ja nun auch kein Wunder. Shit. Volles Risiko. Die nächsten herlocken. Hast du das gehört? Hier geht irgendwas vor. Ich finde das Schwein. Oh, nee. Weiter geht's. Ich werde dein Arsch im Feuer. Lauf, 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 lauf. Oh, hier ist alles voll Polizei. An alle Einheiten sind Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Lauf, 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 lauf. An alle Einheiten im Fahnunggebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Da ist der! Lauf, 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 lauf. Lauf. Hier rein, hier rein. Hier rein. bloß nicht streife laufen ja dann habe ich dann habe ich verloren nicht aussteigen nicht aussteigen ok wir laufen mal weiter und der polizei das war knapp so jetzt knüpfe ich mir den sack aber vor nächster eingang ich hoffe der hat jetzt nicht wieder seine neun bros alle dabei das sind zwei polizisten aufpassen der job ist nichts für weiche wo willst du denn hin so ok den haben wir abgehängt meine güte ist das eine aktion diese sack nahe zu kriegen hier so wo ist der sack der ist jetzt hier weg zum glück der ist weg gerannt ok jetzt habe ich auch langsam die schnute voll hier von dem sack wo ist der vogel ist mal ein bisschen durch die stadt geschlendern bewegt er sich nicht ach nun kommt linken lauf ja auch rein kapelle da hat er sich versteckt das nehme ich nicht auf meine kappe das zeug war scheiße es war schon scheiße als ich es bekommen habe und nachdem es verschnitten worden ist wenn du doch gestor erzählen willst dass der schlechtes doof verkauft er gehört euch diesen ähnlichen huren so scheiße heilen 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 so jetzt machen endlich meine güte das gibt es doch nicht seine drogengeschäfte auf wir bekommen eine verdammte tonne hasch per boot endlich so jetzt muss ich aber gleich die düse machen so ne ja ich habe keinen bock drauf auf den sack so ok weg hier so da haben wir noch einen zweiten dealer den wir befragen müssen da kommt ja keiner kann wir da hinten wieder raus ok alles roger irgendwo müsste hier noch adrenalin sein zum heilen wunderbar so dann wollen wir es mal eben schnell heilen hier wo haben wir den sack schnappen wir uns gleich den nächsten jahr und ein neues auto brauchen wir auch und munition brauchen wir auch so den haben wir erledigt meine lieben an dieser stelle machen wir dann einen gepflegten cut und nächstes mal geht es spannend weiter ich bedanke mich bei euch wie immer für eure aufmerksamkeit bis zum nächsten mal bleibt gesund und ciao so